Also, Münchner, Makler und Mehrfachagentenmesse. Ganz einfach, M&M. M&M. Genau. Und ganz einfach, MMM. Es gibt viele Gründe, auf die MMM-Messe zu gehen. Zum einen hast du als Makler die Möglichkeit, dein IDD-Konto aufzufüllen, da wir viele Vorträge anbieten, die IDD-konform sind. Insgesamt wird es dieses Jahr 50 IDD-konforme Vorträge geben. Wir bieten wieder in allen Sparten die IDD-konformen Vorträge an, damit für jeden Makler und für jedes Interesse was dabei ist. Ich bin Marit und arbeite als Produktberaterin im gewerblichen Sachversicherungsbereich und freue mich, dich auf der Messe begrüßen zu dürfen.